Willkommen hier wieder zurück zu Harvestella. Im letzten Part haben wir ein paar Quests angefangen und damit würde ich es so gesehen gerne weitermachen. Ich bin nur gerade am überlegen, wo ich jetzt am besten hingehe. Schneehüttenplatz Westtor. Genau, mal gucken, was wir hier wieder für ein Gerücht haben. Alles hängt mit dem Gasthaus zusammen, wetten? Warum lässt du mich nicht gehen? Ich habe dir doch gesagt, mir wird schon nichts passieren. Das sagst du, aber ich kann dich nicht einfach so alleine rausgehen lassen. Großvater, du bist so stur. Kann ich wirklich nichts tun, damit du deine Meinung hinderst? Stimmt etwas nicht? Meine Enkelin und ich sind uns lediglich über etwas uneinig. Emma hat sich nämlich in den Kopf gesetzt, allein die Stadt zu verlassen und will nicht zur Vernunft kommen. Da draußen gibt es Monster und wer weiß was sonst noch alles. Ich wäre ein Narr, wenn ich mich nicht um sie sorgen würde. Aber ich habe dir doch gesagt, dass mir nichts passieren wird. Was, wenn jemand sie begleiten würde? Nun, natürlich würde ich mich besser fühlen, wenn jemand bei ihr wäre. Ja, genau du. Würdest du das Herz eines alten Mannes beruhigen und meine Enkelin begleiten? Großvater! Ich würde selbst gehen, aber um ehrlich zu sein, sehen diese alten Augen nicht mehr so gut wie früher. Das ist noch nicht ausgedrückt. Du kannst ja kaum sehen, was sich genau vor deinen Augen, was sich genau vor deiner Nase befindet. Oh, das habe ich nicht bemerkt. Ich sehe schon seit einiger Zeit nicht mehr gut, deshalb habe ich mich daran gewöhnt. Aber denke ja nicht, dass ich nicht weiß, welche Grimmasse du gerade ziehst. Du gibst zu, dass du nichts siehst und bittest trotzdem jemanden Fremdes und eventuell Bösartiges mich zu begleiten? Na, na, du kannst eine Person noch nicht als bösartig bezeichnen, wenn sie direkt neben dir steht. Vertrau mir einfach. Wenn man erstmal so schlecht sieht wie ich, lernt man Menschen am Klang ihrer Stimme einzuschätzen. Du möchtest mir also sagen, dass diese Person hier wie ein guter Mensch klingt? Ja, genau. Also, was sagst du? Akzeptierst du die Bitte dieses alten Mannes und passt auf meine Enkelin auf? Das werde ich. Ich bewundere deinen Elan, danke. Es tut mir leid, dass ich dir dieses Thema wieder angesprochen habe. Ich weiß, du sorgst dich nur um mich. Es tut mir leid, Elma. Wäre ich nur zehn Jahre jünger, würde ich selbst mit dir gehen. Sei einfach vorsichtig, in Ordnung. Du machst dir viel zu viele Sorgen. Ich verspreche dir, mir passiert nichts. Und wenn ich zurück bin, koche ich dein Lieblingsessen. Rosenkohleintopf. In Ordnung. Ich gehe jetzt und mache mich fertig. Treffen wir uns, wenn ich alles erledigt habe. Können wir uns vor dem Gasthaus treffen? Ich warte dort auf dich. Bitte pass gut auf Elma auf. Okay. Wenn sich eine Lüge bewahrheitet. Tu nichts Unüberlegtes. Was? Gehen wir mal zurück zum Eingang. Du bist also gekommen. Na dann, sollen wir los? Wo genau wolltest du hin? Außerhalb der Stadt gibt es die sogenannte stille Höhle. Da würde ich gerne hin. Na, wenn das nicht unsere Elma ist. Oh, hallo. Hallo. Ich sehe, du bist heute einmal nicht mit Alba unterwegs. Sag mir nicht, dass irgendein Tunichtgut dich uns einfach davon stiehlt. Dich uns einfach davon stiehlt. Natürlich nicht. Eigentlich, ähm... Wir sind befreundet. Ja, äh, wir sind Freunde. Oh, ist das alles? Entschuldigt. Ich habe offensichtlich etwas missverstanden. Kein Problem. Wenn überhaupt, muss ich sagen, ich bin erleichtert. Darüber, dass du die Freundschaft, dass du Freundschaft schließt, meine ich. Warum das? Naja, so lieb, wie sie nun einmal ist, ist sie immer zu beschäftigt damit, sich um ihren Großvater zu kümmern. Also hat sie normalerweise keine Zeit, um Freundschaften zu schließen. Ich muss sagen, ich war recht besorgt. Sie kommt eigentlich nicht aus Argen, weißt du? Ich war... Es war nicht einfach für sie, hier Freunde zu finden. Bitte, machen Sie sich keine Sorgen. Mein Leben ist nicht so traurig, wie sie gerade darstellen. Ach ja? Oh, da fällt mir ein. Hast du deinem Großvater das Geschenk gegeben? Wie fand er es? Habe ich und er liebt seine neuen Handschuhe. Danke nochmal, dass sie mir geholfen haben, ein paar Handschuhe auszusuchen. Keine Ursache. Es war mir ein Vergnügen. Nun, dein Opa hier steht euch nah, oder? Ich möchte denken, dass es in jeder Familie so ist. Ich bin so erleichtert, dass sie sich so gut verstehen, um ehrlich zu sein. Du bist jetzt schon fast ein ganzes Jahr nicht hier. Äh, ein ganzes Jahr hier, nicht wahr? Ich war erst so überrascht, wer hätte schon erwartet, dass der alte Alva eine so reizende Enkeltochter hat. Er war so lange allein. Ich wünschte, er hätte mir früher von ihr erzählt. Hm. Oh ja, geht es deinem Vater gut? Wie gefällt ihm das Leben in Nehmea? Er ist bestimmt froh, nicht mehr in seiner früheren Arbeit festzustecken. Ja, es geht ihm gut. Sein Zustand scheint sich auch zu verbessern. Zustand? Meine Güte, ich dachte, er hätte wegen eines Arbeitsunfalls aufgehört. Oh, nun ja, ähm... Sag nichts. Er ist nur dort hingezogen, um darauf zu warten, dass ihn irgendeine schreckliche Krankheit... Nein, das haben sie falsch verstanden. Ich habe mich nur schlecht ausgedrückt. Vater geht es gut. Seine Verletzung scheint langsam zu heilen. Wirklich? Ein Glück. Es tut mir leid, ich will nicht unhöflich sein, aber wir müssen jetzt wirklich los. Du meine Güte, ja. Natürlich, ich wollte euch nicht so lange aufhalten. Wir sehen uns bald. Passt auf euch auf, ihr beiden, ja? Natürlich. Hm. Sas. Ist es wirklich die Enkelin? Oder sind wir hier einer Betrügerin auf der Spur? Die sich als Enkelin ausgibt. Na, guck mal, wo sie hin ist. Zu welcher Seite der stillen Höhle. Okay. Sie ist also hier lang. Machen wir jetzt erstmal die platt. Au, 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 au. Okay. Ist das der Ort? Ich glaube, dass es sei... Ja, das sollte funktionieren. Hey, würdest du für einen Moment hierher kommen? Elmer bewirft die auf einmal mit einem unbekannten Pulver. Was zur Hölle? Das war ein spezieller Staub, der einen beißenden Geruch abgibt, den Monster lieben. Er ist recht stark für so eine kleine Flasche. Er sollte nicht lange dauern, bevor ein Monster hier auftaucht. Was soll das heißen? Um dich aus dem Weg zu schaffen, natürlich. Dann kann ich meinen Plan fortführen. Was meinst du damit? Ich kann es dir wohl verraten, wenn es dir hilft, in Frieden zu sterben. Mein Großvater? Nein, das reicht jetzt. Ich bin nicht Albas Enkelin. Ich bin nicht durch Blut an ihn gebunden. Wir sind nicht verwandt. Was hast du nur so getan? Das kann man so sagen, ja. Dieser Narr ist so blind wie eine Fledermaus. Er war einfach. Es war einfach, sein Vertrauen zu gewinnen. Aber weshalb? Nur weil ich an sein Geld wollte. Ich bin nur hierher gekommen, um einen Schlüssel zu seinem Vermögen zu finden. Was für ein lästiger alter Narr er doch ist, ihn an einem Ort wie diesen zu verstecken. Aber wenn ich ihn erst einmal gefunden habe, werde ich in nullkommanichts stinkreich sein. Hehe. Wer hätte gedacht, dass es so einfach ist, jemandem eine glückliche Familie vorzugaukeln und so lukrativ? Du tust es alles nur wegen des Geldes? Seit meiner Geburt war ich immer allein. Ich habe mich durch mein Leben gekämpft, ohne je zu wissen, wie es ist, glücklich zu sein. Nur auf diese Weise kann ich alleine mein Glück finden. Geld allein macht schließlich glücklich. Ist es nicht das, was die Welt uns beibringt? Das ist alles, was ich dazu zu sagen habe. Und du kannst jetzt meinen Monster an ein wenig Gesellschaft leisten. Süß. So. Und weg. So. Event ist vorbei. Da guckt sie gleich da ganz doof. Weil ich enthalte Elmar in Argen auf. Ähm. Okay. Okay, das bringt mich nicht weiter. Die bringen alle nix, die Sachen. Ach, komm. Irgendeine Waffe muss doch hier fruchten. Elektro. Elektro. Okay. Da. So, einfrieren. Yay. Schlichter Anti-Weißheit-Ring. So, was sammeln wir ein? Ja gut, jetzt muss ich erstmal nach Hause. Zurück nach Hause. Geht nicht anders. Aber wir haben wieder einiges, ne? Also, ist ja jetzt nicht gerade ohne gewesen, ne? Möchte ich jetzt mal erwähnen, ne? Das war erfolgreich. Winter, Herbst und Winter. Karwuffeln. Ich weiß gar nicht, hatte ich jetzt die Batterien schon gemacht oder nicht? Muss ich jetzt gerade echt mal gucken. Ja, sind okay. Ich könnte jetzt doch noch die Karwuffeln. Frühling, Frühling, Sommer, Sommer, wächst, Herbst, Herbst. Und da noch eine Karwuffel. Dann ist das jedenfalls alles gegossen. Dann können wir uns jetzt schlafen legen. Und uns auf den nächsten Tag freuen. Na, ganz knapp vor Level ab. Oh, aber 18.000 Grillers. Hmm. Ist ja eigentlich schon mal nicht schlecht, ne? Dies ist Tinas Brief. Haben wir sonst noch irgendwas? Ne, ne? Ja. Haben wir mal wieder ein paar Briefe zum Lesen. Im Moment sieht es so aus, als ob wir die gleichen Ziele wie Rosny verfolgen, was mich beruhigt. Auch wenn nur ein bisschen. Sie hat mich wieder kontaktiert. Sie möchte wohl etwas zur Angreiferin besprechen. Sie meinte, sie würde in der Njord-Steppe warten. Treffen wir sie da. Ich muss mich bei dir für das Gespräch über die Stille bedanken. Ich habe darüber nachgedacht und mir ist aufgefallen, wie sehr du mich von Anfang an unterstützt hast. Ich wollte es dir persönlich sagen, aber ich weiß, ich würde mich nur fasspielen. Also schreibe ich dir stattdessen diesen Brief. Danke. Sobald sich alles berückt hat, könntest du dann vielleicht mit mir zum Grab meiner Eltern kommen? Ich weiß, ich habe dir gesagt, du sollst mit dem Wirt sprechen, bevor du in meinem Versteck vorbeikommst. Aber ich will dir das berichtigen. Du musst es nicht mehr tun. Du darfst sogar vorbeikommen, wenn du nichts Geschäftliches zu besprechen hast. Nicht, dass dich das vorher aufgehalten hätte, oder? Egal. Kein Grund, sich darüber aufzuregen. Merkst du einfach, okay? Okay, also da geht einiges weiter und es geht sogar Chris weiter, was ich jetzt nicht gedacht hätte. So, dann muss ich jetzt hier wieder gießen. So, dann gießen wir mal die Regenbobone. Ich meine, es sieht aus, als ob es regnen würde gleich, aber irgendwie nicht. Wir benutzen etwas hier. Trink auf, Wälder. So. Was meinst du wohl, was ich hier gerade mache? Auf der Farm arbeiten, ne? Irgendwelche Sachen fertig sind zum Ernten? So, die brauche ich zur Zeit nicht im Inventar. Ich glaube, das war jetzt alles. Also, das heißt, wir sollen jetzt mit... Moment, Mimo. Aber Moment, hä? Aber ich sollte doch mit ihr... Hä? Hä? Njord-Steppe ist hier. Ist Tina, finde ich jetzt halt sehr wichtig, wegen der Crit-Sache. Natürlich gehen wir auf der anderen Seite. Da ist er. Da ist er. Freut mich, dass ihr beide kommen konntet. Ich komme gleich zum Punkt. Ich muss euch etwas zur Angreiferin erzählen, nach der wir gesucht haben. Sag nicht, dass du herausgefunden hast, wer sie ist. Äh, nicht ganz, aber mir ist etwas eingefallen, das ihr wahrscheinlich wissen solltet. Wovon redest du? In jedem selbst ruht auch ein Schatten. Deshalb übernimmt der Schatten die Kontrolle, wenn er selbst in Wanken gerät. An sich selbst zu zweifeln, kommt einem Todesurteil gleich. Man kann selbst Zweifeln nur auslöschen, indem man seinen Schatten kontrolliert und Herr seiner selbst wird. Woher hast du das? Ich habe den Boss mal zu der Macht deines Schattens befragt. Das war seine Antwort. Das war seine Antwort? Wer ist der Boss? Er hat den Bund geleitet, ein Anführer eben. Er nahm mich auf, als ich niemanden hatte. Er hat mich von klein auf zu einem Mitglied des Bundes gemacht. Alles, was ich über das Kämpfen weiß, habe ich von ihm gelernt. Aber diese Worte hat er mir gegenüber nie geäußert. Was hat das alles zu bedeuten? Warum hat er dir das erzählt? Er hat schon immer gefürchtet, dass sein Schatten gefährlich außer Kontrolle geraten könnte. Außer Kontrolle? Ich weiß nicht genau, was er damit gemeint hat, aber ich schätze, dass er es dir nicht sagen wollte, damit du dich selbst nicht noch mehr hinterfragst. Er sagte mir, dass es besser für dich wäre, wenn ich es dir verschweige. Er wollte, dass sie nicht an mir selbst zweifle. Wenn er es selbst ins Wanken gerät, übernimmt der Schatten die Kontrolle. Meine Selbstzweifel sind die Angreiferin. Mein Schatten, der gefährlich außer Kontrolle geraten ist, war der Boss deswegen besorgt? Wahrscheinlich. Wenn das dein Schatten ist, würde es erklären, warum sie genau wie du aussieht und sich selbst die Schattenbeuchlerin nennt. Hm. Was jetzt? Stoppen wir ihre Angriffe? So könnten wir sie sicher loswerden. Das kann aber nur Estina schaffen. Meine Selbstzweifel. Hm. Denkst du, dass, was an jedem Tag passiert ist, hat etwas damit zu tun? Äh. An welchem Tag? Du hast es ihm also nicht erzählt? Warte, Rosny. Ich werde es erzählen. Das sollte ich ihm selbst erzählen. Es verfolgt mich immer noch. Ich werde es nie vergessen. Es hat sich so lebhaft in mein Gedächtnis eingebrannt. Der Tag, an dem ich die anderen Mitglieder in meiner Bande mit meinen eigenen Händen tötete. Sie hatten sich entschlossen, sich aufzulehnen. Einige der Mitglieder wollten den Boss stürzen. Deswegen fingen wir an, gegeneinander zu kämpfen. Ich war bereit, für unseren Boss und die Bande, die er aufgebaut hatte, zu sterben. Ich kämpfte aber gegen genau die Leute, mit denen ich gemeinsam Aufträge ausgeführt hatte. Ich nahm ihnen nacheinander das Leben. Ich kann es nicht fassen. Es ist wahr. Aber, Estina, hättest du das damals nicht getan, wäre der Boss ermordet worden. Ich wäre vermutlich auch gestorben. Ich weiß, Rosny, aber... Ihr Blut wird auf ewig an meinen Händen kleben. Als alles vorbei war und ich ihre leblosen Körper auf dem Boden sah, wusste ich, dass ich aussteigen musste. Ich habe meine eigenen Kumpanen kaltblütig ermordet. Was mir am meisten Angst dabei macht, war ich selbst. Deswegen bist du gegangen? Du bist fort, ohne etwas zu sagen? Ich hatte damals keine andere Wahl. Was für eine Ironie. Ich musste all das verlassen, wofür ich so hart gekämpft hatte. Estina Nun, Torplay, jetzt weißt du, was für ein Mensch ich bin. Mit Blut an den Händen kümmere ich mich um Kinder im Waisenhaus und versuche, meine Schuld zu tilgen. Ehrlich gesagt verdiene ich es nicht, in dem Jahr zu leben. Entschuldige, dass ich bisher nichts dazu gesagt habe. Jetzt, wo du es weißt, wer ich bin, musst du enttäuscht sein. Nein, das stimmt nicht. Es ist lieb von dir, dass du versuchst, mich zu strösten. Der Schatten besteht aus meinen Selbstzweifeln. Vielleicht hast du recht, Rosny. Seit ich gebeten wurde, das Waisenhaus zu übernehmen, habe ich mehr und mehr versucht, das Vergangene zu vergessen. Das meinte der Boss damit, als er sagte, mein Schatten könnte gefährlicher außer Kontrolle geraten. Estina Es ist, als ob mein Schatten immer dunkler wird, je mehr ich versuche zu glänzen. Je näher ich der Sonnenseite des Lebens komme, desto schmerzlicher wird mir klar, dass ich hier nicht hingehöre. Das muss es sein, was mir mein Schatten versucht mitzuteilen. Es ist die Personifizierung deiner Schuld. Ja, so ist es wohl. Vielleicht gehöre ich hier wirklich nicht hierher. Ich glaube nicht, dass es wahr ist. Hm. Ich weiß aber, dass sich dieser Schatten herumgetrieben und Leute angegriffen hat, ohne dass ich etwas davon wusste. Und ich weiß, dass ich mich meiner Vergangenheit stellen muss, wenn ich dem ein Ende bereiten möchte. Trueplay, Rosny, könnte mir ein wenig Zeit geben. Ich muss über alles nachdenken. Okay. Was auch passiert, es wird kein Ende nehmen, bis du dich deinen Dämonen stellst. Es liegt jetzt also an dir. Es tut mir leid, dass ich euch beide Umstände gemacht habe, aber ich bitte euch, noch ein wenig länger zu mir zu halten. Ah, Zombie-Pelze. Okay. Zombie. Ah, na. Widerstanden. Okay. Gut. Dann würde ich sagen, liebe Leute, geht es in der nächsten Folge weiter. Ich bedanke mich ganz herzlich, ich sage bis zum nächsten Mal und ich bin euer Trohort Rhein. Tschüss, tschüss. Ich bedanke mich.